Nach dem Urlaub ist vor dem nächsten Auswärtsspiel der 1. FC Magdeburg empfängt unseren HSV und ich nehme euch wie immer mit auf die Reise. Let's go! Während ich dieses Video aufnehme, befinde ich mich noch im Urlaub in Ägypten, fliege aber schon morgen nach Hamburg zurück und dann einen Tag später weiter nach Magdeburg. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich leider bei unserem letzten Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern nicht vor Ort sein konnte. Einige Zuschauer haben mir unter alte Videos kommentiert, wo bleibt dein Video, warum kommt kein neuer Vlog. Ich hatte es glaube ich nur bei Instagram angekündigt und vergessen im Kreuzer-Führt-Vlog am Ende zu erwähnen, das tut mir leid. Aber wenn ihr euch mal in Zukunft fragt, wieso, weshalb, warum, dürft ihr mir auch gerne bei Instagram folgen. Ich gebe da in meiner Story eigentlich so gut wie immer alles rechtzeitig bekannt, dazu auch noch jede Menge privaten Quatsch. Also wer da Lust drauf hat, gerne reinfolgen. Und hier in diesem wunderschönen Hotel habe ich die letzte Woche nur rumgelegen, mich erholt, die Batterien neu aufgeladen, damit ich bei den letzten Saisonspielen des HSV allesamt für euch am Start sein kann. Und das Coole ist, neben den normalen Liegen kann man sich auch diese Holzhäuser, die quasi auf dem Wasser schwimmen, für den Nachmittag mieten. Hier hat man dann eine schöne gemütliche Fläche, kann sich optional noch eine Shisha dazu holen, hat dann hier auch eine Getränkeauswahl mit Obst und Snacks, einen Fernseher dazu und kann dann sogar auf solchen Liegematten hier am Wasser seinen Aufenthalt genießen. Ja, so muss das sein heute. Ja Leute, und während hier hinter mir noch gerade eine Schaumparty stattgefunden hat, und ein paar Feierwütige den ganzen Tag am Tanzen sind, würde ich sagen, genug geplanscht, genug gesund. Wir fliegen jetzt nach Magdeburg. Und da sind wir, Leute. So schnell sind wir von Ägypten nach Magdeburg gekommen. Wir sind mitten in der Stadt und werden uns jetzt erstmal hier ein bisschen was anschauen, bevor wir ins Stadion gehen. So viel kann ich sagen. Beim Wetter mussten wir gar nicht so Riesenabstriche machen. Die Sonne scheint ja immer noch, ist halt ein bisschen kühler, ein bisschen windiger, aber das nehmen wir doch gerne hin. Burg ist auf jeden Fall auch eine richtige Straßenbahn-City. Die fährt eigentlich komplett durch die ganze Stadt. Wie vor zwei Wochen in Fürth ein Sonntag-Auswärtsspiel. Dementsprechend ist die Stadt relativ leer, aber man sieht überall die blau-weißen Magdeburger. Hier an Magdeburg direkt auffällt, die meisten Gebäude sind alle sehr, sehr hell. Also in weiß oder so ein helles Gelb. Auch selbst die Kirche da hinten ist so ein bisschen heller gehalten. Es gibt ja auch Städte, die sind teilweise wirklich grau und trist. Und hier hat man direkt, hier geht einem direkt so ein bisschen das Herz auf und man hier die Schuppe tritt, ehrlich gesagt. Sehen wir auch doch schon das Schild. Hier geht es zur MDCC-Arena. Das ist das Stadion vom 1. FC Magdeburg. Auch an der Ampel ganz, ganz viele Sticker von Magdeburg. Hier in der Stadt sind sehr, sehr viele Blumen gepflanzt. Also auch sehr, sehr schön gemacht. Sehr, sehr bunt hier diese ganzen Beete. Hier das alte Magdeburger Rathaus. Und hier auch noch sehr edel davor diese Figur mit dem König, der ein goldenes Pferd reitet. Das sieht aus hier wie bei Harry Potter im echten Zauberschach. Sein Schwert wackelt auch schon ganz bedenklich. Hier das alte Rathaus steht, steht hier auch schon das neue Rathaus. Auch wenn es nicht so neu aussieht. Aus wie so ein St. Pauli-Schiff. Apropos Pauli, die spielen ja auch heute. Und die Tabelle brauche ich euch eigentlich gar nicht vor die Nase zu halten. Wir sind einfach vierter Platz mit vier Punkten Rückstand auf dem dritten. Und um nicht mehr und nicht weniger als diesen dritten Platz geht es realistisch zurzeit. Und dafür brauchen wir unbedingt einen Sieg, um auf einen Punkt an Düsseldorf ranzukommen. Man hier steppt hier sehr, sehr viel 1. FC Magdeburg Graffiti. Hier ist auch so ein Häuschen. Und hier haben sich die Ultras komplett an der ganzen Tür verewigt mit ganz, ganz vielen Stickern. Nicht nur für uns ist die Partie sehr wichtig. Auch der 1. FC Magdeburg steckt noch mittendrin im Abstiegskampf. Gerade mal zwei Punkte trennen sie vor einem Relegationsplatz. Also auch die werden uns heute nichts schenken, Leute. Also das Coole ist ja auf jeden Fall, die Stadt ist sehr, sehr weitläufig. Man kann sich ja prima zu Fuß durch die Stadt bewegen, ohne sich wie beengt zu fühlen. Andererseits wundert es mich, dass hier überhaupt kein Roller da ist. Sonst hätte ich hier echt einen Roller genommen. Ja, also ich muss sagen, auf Pizza Passat hätte ich jetzt schon Bock. Gesagt, getan, bin jetzt hier in einer wunderschönen Losteria und gönne mir. Hier ist mal schön penne alio olio. Sieht das gut aus. Ich weiß nicht, ob es dran gelegen hat, ob ich so Hunger hatte. Oder ob die Pasta so geil war. Beides eigentlich. Aber auf jeden Fall sehr geil. Und jetzt können wir ins Stadion. Wenn man hier aus dem Laden rauskommt, fährt hier direkt die Straßenbahn. Hat gerade noch geschafft. So, mit den ganzen Magdeburgern bei mir hinten im Rücken nähern wir uns jetzt dem Stadion. Und ich werde gleich nochmal versuchen, für euch den ein oder anderen Hamburger vor die Kamera zu bekommen. Ich habe hier jetzt noch ein paar Abonnenten getroffen, Leute. Was geht? Wer will noch einen Tipp abgeben? 2-0, Leute. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. Ja, 11-0. Alle so konfrontiert uns heute. 3-0. Benesch. Ja. Okay, sein erstes Tor heute. Sein erstes Tor. Alles klar. Viel Spaß, ne? Ja, richtig korrekt. Da haben mir noch ein paar Zuschauer zwei Sticker geschenkt. Hamburg 1887 gegen den modernen Fußball. Mal gucken, wo ich die noch nachher anbringe. Hamburger Biergärten. Natürlich sehr, sehr gut Besuch bei diesem guten Wetter. Ja, einmal rund ums Stadion gucken. Von dort kommen die Fans. Von da hinten strömen die Fans. Da hinten zum Stadion. Zur Arena. Zur MDCC Arena. Leute, ich war ja auch beim Hinspiel in Hamburg am Start gewesen. HSV gewann damals 2-0 durch Tore von Benesch und von Jatta. Aber die Stimmung, die die Magdeburger Gästefenster gemacht haben, war einzigartig. Also was Kommando er ist, als die Magdeburg damit in Feuerwerkskörpern abgerissen hat, das war schon mega geil. Kann ich euch nochmal jetzt einblenden. So, es geht aber ab hier. Wuhu. Mega. Da bin ich. Ich stehe vor dem Stadion der Magdeburger. Und an dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bei die Bauexperten bedanken, dem Sponsor des heutigen Videos. Die Bauexperten ist eine Hamburger Baufirma, die seit über 30 Jahren am Markt sind. Sprich, sie haben sehr, sehr viel Erfahrung, was ihr Handwerk angeht. Und vielleicht sind sie auch bald dein zuverlässiger Partner, falls mal was an deinem Haus anfällt. Und das Gute ist, es gibt eine kostenlose Vorabbesichtigung, völlig unverbündlich. Und wenn es mal wirklich brennt, ein 24-Stunden-Notdienst. Die Bauexperten sind übrigens auch bei MyHammer registriert, wo sie eine 4,9-Bewertung haben. Und hier kann nicht jeder eine Bewertung abgeben, sondern nur gegen Vorlage der Rechnung, wenn wirklich was für dich gemacht wurde. Den Link zu deren Website packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und jetzt rein ins Stadion, Leute. Wir sind in, wir sind drin im Stadion. Und jetzt geht's zum Block 17. Ich muss sagen, bin echt gespannt. Neue Stadt, neues Stadion. Und ich nehme euch mit auf einen ersten Blick rein. Und das ist unser heutiger Platz, Leute. Direkt hinterm Tor. Wir geben mit der Nacht sein Start auf die Bühne. Brian! Und wenn wir noch eins heißen, Mohamed! Jetzt kommt die Hymne des ersten FC Magdeburg. Die Schals werden ausgepackt. Und jetzt wollen sie zeigen, wie laut sie sein können. Laut dem Stadionsprecher. Witzig, ne? Die Macht von der Elbe. Das sind doch wir eigentlich. Und jetzt gibt's nochmal eine Choreo für Hannes. Ich weiß leider nicht, wer das ist. Könnt ihr mal die Magdeburger in die Kommentare schreiben? Und unser HSV in schwarz gegen Magdeburg. In Jubiläums-Trikots oder limitierten Trikots. Die wurde so eben angepiffen. Und der HSV mit dem ersten Angriff. Jetzt die Chance. Erster Schuss vom HSV. Schaut euch das mal an. Die Choreo geht rauf und runter. Motiv ist los. Schoroment zu oroben. Was ist das aufgerecht? Halt für die bola? Zuschauer ist ein wenig, das ist nicht so wichtig. 700 chinnen. Halt für ihn! Und Rot für Hamburg. Das ist doch jetzt nicht klar. Das ist doch jetzt nicht klar. Das muss er sich doch zumindest noch mal einkucken. Was war das denn bitte? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt wird es turbulent. Nein, das gibt es nicht. Die Entscheidung bleibt. Und Ramos, Mosruta. Wir sind jetzt schon in Unterzahl nach 25 Minuten. Wir sind jetzt in Unterzahl nach 20 Minuten. Wir schäumen die 56. Spielminute. Und haben wir wieder in den Spielstand. Yesterday FC Makimov. Nein! Hatten wir uns schon vor Zeit? Uh! Der Wolfreich war der Spieler mit der Regenwahl. Mohamed! Nein! Danke. Danke. Ich will gar das darf nicht wahr sein. Durchatmen, durchatmen. Oh, war das eine riesen Chance. 2-0 macht er nicht. Wir haben wirklich Angst, dass nur 1-0 steht. Und Pauli wird auch 1-0. Oh, mein Gott. Es ist so zum Verzweifeln. Es hätte jeden Moment 2-0 stehen können. Kurz vor der Hals ein Freistoß von Benesch. Oh mein Gott. Oh, was? Es gibt noch einen Elfmeter von Magdeburg. Es gibt noch einen Elfmeter. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Das ist doch ein schlechter Horrorfilm, an den ich gelangt habe, oder? Das ist doch ein Albtraum, Alter. Es ist ein Albtraum. Er checkt es nochmal. Er checkt es nochmal. Bitte lass es doch jetzt einfach. Nimm den bitte zurück einmal jetzt. Das ist ja unglaublich. Er gibt den Elfmeter. Er gibt den Mann. Und es gibt den zweiten Strafstoß. 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 Wie soll das noch was werden? Warum bin ich hier überhaupt hergefahren heute? Ich hätte so schön weiterschlafen können in meinem Bett. Oh meine Fresse, Alter. Ich hab so die Schnauze voll. Ich hab so die Schnauze voll. Zweiter Halbzeit läuft. Komm, Jato! Nein! Oh Mann, Jato! Letzte halbe Stunde. Komm, noch weh. Bitte! Oh Mann! Jaaa! 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 1 zu 2 nur noch. Und es sind noch über 20 Minuten zu spielen. Aber wir sind fast mit einer weniger. Aber es könnte noch was werden. Das war jetzt enorm wichtig. Komm, Jörg, wir machen was. Komm! 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 Was für ein Schuss von wenig. Das hätte doch das 2-2 verdient gemacht. Nicht eine gute Phase, die wir gerade haben in Unterzahl. Da muss man sich jetzt belohnen. Nein! Jaaa! Ja! Nein, Mann! Das ist die Tour. Das ist die Stolzung. Robert Glatzel. Mit der Riesenpons. Die letzten 5 Minuten laufen. Die letzten offiziellen 5 Minuten. Plus Nachspielzeit. Das 2-2 liegt in der Luft. Wir sind so gut dabei. Die zweite Halbzeit wird eigentlich uns hier unterzahlen. Aber wir belohnen uns noch nicht. Komm, Schwenke! Nein! Platte! Digga, das darf doch nicht wahr sein. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Ja! Nein! Ich werde das nicht wahr sein. Das wird das nicht wahr sein. Nein! 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 Das ist die Kotzball! Ganz tief in der Nachspielzeit, ganz ganz tief in der Nachspielzeit, und jetzt aus dem Hinterhalt Junge, zweiter Ball, Herzklopfen, vom Reiß, bring ihn nochmal, kommt mein lieber, kommt mein lieber, schön, bring ihn rein. Ja, 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 das gibt's gar nicht, ja, 2-2, unglaublich, 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 ich glaube nicht, das gibt's gar nicht, das gibt's nicht, schießt auf sein Tor, wenn die das jetzt komplett noch drehen, dann reiß ich hier das Stadion, und das Spiel ist aus, und das Spiel ist aus, Leute, was war das für ein Blockbuster hier zum Ende, 2-2 nach, in Unterzahl, der 0-2 wird stand, also mehr war nicht mehr zu holen. Ja, ist richtig, sich jetzt zu stellen, es war eine super zweite Halbzeit, trotz Unterzahl, aber warum bringt man sich erst immer in diese Situation, aber egal, Schodlau geht voran, fast für ein Ding. Leute, ich kann nicht mehr, Alter, was war das für ein Gefühlschaos in diesem Spiel, 2-0 in Rückstand, in Unterzahl, und dann noch diesen Punkt mitgenommen, jetzt sind wir trotzdem drei Punkte hinter Düsseldorf, aber scheiß drauf, mehr war hier heute fast nicht mehr zu holen, Die Mannschaft hat so gekämpft, ich wollte eigentlich, ich hab schon damit gerechnet, dass ich jetzt hier beim Abspann richtig raushau, aber das kann ich nicht, weil die Mannschaft hat richtig gefeitet hier in Unterzahl, also ich verstehe das nicht, warum wir uns immer in diese Situation bringen müssen, dass das erst so kommen muss, warum? Und es hatten einige Zuschauer zuletzt mir geschrieben, dass ich doch bitte ein bisschen mehr Tiefe in meine Videos bringen soll, ein paar mehr Analysen, Statistiken, nein, hört auf, man braucht keine Tiefe, wenn es so viele Emotionen in diesen Stadionvlog gibt, und das war heute wirklich einer meiner emotionalsten Stadionvlogs, ich hoffe, ihr hattet richtig viel Spaß mit diesem Stadionvlog, trotz dieses einen Punkt für den HSV, auch Glückwünsche nach Magdeburg, die können mit diesem Punkt auch was anfangen im Abstiegskampf, und ja, nächste Woche gegen Kiel werde ich wieder hingehen, und dann hoffen wir auf einen Heimsieg und dass wir wieder ein bisschen näher heranspringen in Düsseldorf, heute war das definitiv ein Rückschlag, aber zumindest noch ein Happy End in diesem Spiel, haut rein Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag, einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche, haut rein, bleibt sportlich! Bis zum nächsten Mal!